Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema der Wiedervereinigung von Deutschland an. Viel Spaß beim Video. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig waren ein zentraler Bestandteil der friedlichen Revolution in der DDR und spielten eine entscheidende Rolle bei der Überwindung der deutschen Teilung. Sie begannen im September 1989 und entwickelten sich schnell zu einem wöchentlichen Ritual das Hunderttausende von Menschen mobilisierte und schließlich zum Sturz des SED-Regimes beitrug. Die Ursprünge der Montagsdemonstrationen liegen in den Friedensgebeten, die seit Anfang der 80er Jahre in der Leipziger Nikolai-Kirche abgehalten wurden. Diese Gebete boten einen geschützten Raum für politische Diskussionen und die Artikulation von Reformforderungen. Angesichts der zunehmenden Repression und des wachsenden Unmuts in der Bevölkerung wurde die Nikolai-Kirche zu einem wichtigen Treffpunkt für oppositionelle und engagierte Bürger. Am 4. September 1989 fand die erste Montagsdemonstration statt, als etwa 1000 Menschen nach dem Friedensgebet auf die Straßen von Leipzig zogen. Ihre Forderungen nach Reformen, Reisefreiheit und einem Ende der SED-Diktatur waren klar und unmissverständlich. Trotz des hohen persönlichen Risikos, das mit der Teilnahme an diesen Protesten verbunden war, wuchs die Zahl der Demonstranten von Woche zu Woche. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Montagsdemonstrationen war ihre friedliche Natur. Die Demonstranten legten großen Wert darauf, Gewalt zu vermeiden und sich diszipliniert zu verhalten. Parolen wie »Keine Gewalt« und »Wir sind das Volk« wurden zu den Leitmotiven der Bewegung. Diese friedliche Haltung trug dazu B, die moralische Überlegenheit der Demonstranten zu betonen und die Bereitschaft der Sicherheitskräfte zur Gewaltanwendung zu verringern. Die Regierung der DDR reagierte zunächst mit Einschüchterung und Gewalt auf die Montagsdemonstrationen. Die Stasi, die Geheimpolizei des Regimes, überwachte die Demonstrationen genau und versuchte, die Organisatoren zu identifizieren und zu verhaften. Am 9. Oktober 1989, als die Proteste ihren Höhepunkt erreichten, standen etwa 70.000 Menschen auf den Straßen von Leipzig, während Zehntausende Sicherheitskräfte bereitstanden, um die Demonstrationen niederzuschlagen. Trotz der bedrohlichen Präsenz der Sicherheitskräfte verliefen die Demonstrationen am 9. Oktober weitgehend friedlich. Die Gewaltfreiheit der Demonstranten und die zunehmende internationale Aufmerksamkeit machten es für die Regierung immer schwieriger, mit brutaler Repression zu reagieren. Die Berichte über die Ereignisse in Leipzig verbreiteten sich schnell und ermutigten Menschen in anderen Städten der DDR, ebenfalls auf die Straße zu gehen und ihre Forderungen nach Veränderung zu artikulieren. Die Montagsdemonstrationen weiteten sich bald auf andere Städte aus, darunter Ost-Berlin, Dresden und Halle. Jede Woche versammelten sich mehr Menschen, um gegen die Regierung zu protestieren und für ihre Rechte zu kämpfen. Die Bewegung erreichte einen Punkt, an dem die Regierung der DDR keine andere Wahl hatte, als Zugeständnisse zu machen und den Dialog mit den Oppositionsgruppen zu suchen. Ein weiterer Wendepunkt war die Ankündigung der DDR-Regierung am 9. November 1989, dass die Grenzen geöffnet würden. Diese Ankündigung führte zu einem Ansturm auf die Berliner Mauer und symbolisierte das Ende der deutschen Teilung. Die Montagsdemonstrationen hatten einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, diesen historischen Moment herbeizuführen. Nach dem Fall der Mauer setzten die Montagsdemonstrationen ihre Aktivitäten fort, nun mit dem Ziel, die politischen und sozialen Reformen in der DDR voranzutreiben. Die Demonstranten forderten freie Wahlen, die Abschaffung der SED-Diktatur und die Vereinigung Deutschlands. Ihre Beharrlichkeit und ihr Engagement spielten eine zentrale Rolle BI der Gestaltung des politischen Wandels in der DDR und der Vorbereitung auf die Wiedervereinigung. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video, Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 war ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte Deutschlands und ein symbolträchtiger Moment des Kalten Krieges. Er markierte nicht nur das Ende der deutschen Teilung, sondern leitete auch eine neue Ära der Freiheit und des demokratischen Wandels in Europa ein. Die Mauer, die seit ihrer Errichtung im August 1961 ein Symbol der Unterdrückung und der Teilung war, fiel durch die friedlichen Proteste und den unermüdlichen Einsatz der Menschen in der DDR. Die Berliner Mauer war ursprünglich als Grenzbefestigung errichtet worden, um die massive Abwanderung von DDR-Bürgern in den Westen zu stoppen. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hatten Millionen Menschen die DDR verlassen, was zu einem erheblichen demografischen und wirtschaftlichen Problem für den sozialistischen Staat wurde. Die Mauer sollte diese Fluchtbewegung unterbinden und die Stabilität des Regimes sichern. Über die Jahre hinweg wurde die Mauer weiter ausgebaut und zu einem fast unüberwindbaren Hindernis, das Familien trennte und zahlreiche Menschenleben forderte. Im Laufe der 80er Jahre nahm der Druck auf die DDR-Führung jedoch stetig zu. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, politische Repression und der wachsende Wunsch nach Freiheit und Reisemöglichkeiten trieben immer mehr Menschen auf die Straße. Die Bürgerbewegungen, die sich formierten, spielten eine zentrale Rolle in diesem Prozess. Ihre Forderungen nach Demokratie und Menschenrechten fanden breite Unterstützung in der Bevölkerung und setzten die Regierung unter zunehmenden Druck. Ein wichtiger Katalysator für den Fall der Mauer war die Politik der Perestroika und Glasnost, die vom sowjetischen Staatschef Michael Gorbatschow eingeführt wurden. Diese Reformen führten zu einer Lockerung der politischen Kontrolle in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten, einschließlich der DDR. Gorbatschow machte deutlich, dass die Sowjetunion nicht mehr bereit war, militärisch in die inneren Angelegenheiten der Ostblockstaaten einzugreifen, was die DDR-Führung weiter schwächte. Im Sommer 1989 spitzte sich die Lage weiter zu. Tausende DDR-Bürger flohen über Ungarn und die Tschechoslowakei in den Westen. Diese Massenflucht setzte die DDR-Regierung zusätzlich unter Druck und zeigte die tiefe Unzufriedenheit der Bevölkerung. Die Montagsdemonstrationen, die im September 1989 in Leipzig begannen, wuchsen schnell an und verbreiteten sich auf andere Städte. Die Forderungen nach Reformen und Reisefreiheit wurden immer lauter. Am 9. November 1989 kam es schließlich zum historischen Moment. Günter Schabowski, ein Mitglied des SED-Politbüros, verkündete in einer Pressekonferenz, dass die DDR-Bürger sofortige Reisefreiheit erhielten. Diese Ankündigung, die offenbar aus einer Kommunikationspanne resultierte, führte zu einem Ansturm auf die Grenzübergänge in Berlin. Tausende Menschen strömten zur Mauer und die völlig überraschten Grenzbeamten öffneten schließlich die Tore. Die Bilder von jubelnden Menschen, die die Mauer überwandten und sich in den Armen lagen, gingen um die Welt. Der Fall der Berliner Mauer war ein tief bewegender Moment, der die Hoffnung und den Mut der Menschen widerspiegelte. Er symbolisierte das Ende der jahrzehntelangen Unterdrückung und die Wiedervereinigung von Familien und Freunden. Gleichzeitig war er der Auftakt für den raschen politischen Wandel in der DDR. Die friedlichen Demonstrationen und der Druck der Straße hatten das SED-Regime zur Kapitulation gezwungen und den Weg für freie Wahlen und demokratische Reformen geebnet. Die Ereignisse des 9. November 1989 waren nicht nur für Deutschland von großer Bedeutung, sondern hatten auch weitreichende Auswirkungen auf Europa und die Welt. Der Fall der Mauer markierte das Ende des Kalten Krieges und leitete eine Phase der Entspannung und Zusammenarbeit zwischen Ost und West ein. Er ebnete den Weg für die Wiedervereinigung Deutschlands, die am 3. Oktober 1990 offiziell vollzogen wurde. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn Du Dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir Dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst Du Dein Wissen vertiefen und Dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass Du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei Deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft Dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher Dir noch heute Dein Exemplar. Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und Dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.